Das ist die Paste nur für euch Frauen gemacht. Der Unterschied zu einer Männerpaste ist, sie glänzt fantastisch. Sie hat einen unheimlich schönen Glanz, diese Paste. Einen tollen Halt. Und das Wichtigste, alle meine Pasten, sie schmieren nicht. Das heißt, morgen früh, wenn ihr das, oder in den Hand drin habt, morgen früh, wenn ihr mit den Fingern durchgeht, ihr habt keine schmierigen, klitschigen Haare mehr. Es funktioniert. Und ihr könnt vor allen Dingen meine Pasten immer mit Wärme wieder reaktivieren. Das heißt, wenn es nicht richtig liegt, Wärme einmal kurz mit dem Föhn draufhalten und es ist so, als ob ihr es gerade frisch gemacht habt.